Setzen Sie ein. Ich bin. Plus Präposition. Ich bin im Wald. Bei einer Freundin. Im Bett. Im Blumenladen. Auf dem Spielplatz. Zu Hause. Draußen. Ich bin im Krankenhaus. Im Urlaub. Auf dem Land. Am Bahnhof. Auf dem Platz. An der Ampel. In oder bei der Arbeit. Gelegentlich sagt man auch auf der Arbeit. Ich bin in der Schule. Auf oder in der Post. Bei meinem Freund. Beim Friseur. An der Bushaltestelle. Am Brandenburger Tor. In Österreich. Ich bin bei Sascha. Auf dem Weg. Im fünften Stock. In der Firma. Auf dem Sofa. Im Restaurant. Bei Ihnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.